Wir schauen uns heute mal hier diese Zahlenfolge an. Bei dieser Zahlenfolge sind die ersten fünf Folgenglieder angegeben. Das erste Folgenglied A1 ist 3, A2 ist 6, A3 ist 12, A4 ist 24 und A5 ist 48. So, die Frage ist jetzt, was ist das zehnte Folgenglied oder das hundertste? Das heißt, wir müssen erst mal verstehen, wie die Struktur dieser Zahlenfolge aufgebaut ist und letztlich diese Struktur formalisieren, um einen einfachen Weg zu erhalten, jedes beliebige Folgenglied anzugeben. Okay, schauen wir mal ganz scharf hin. Was ist die Struktur dieser Folge? Der geübte Blick wird erkennen, dass hier auf der rechten Seite man von Folgenglied zu Folgenglied immer mit mal 2 kommt. Na, hier mal 2, auch mal 2, mal 2 und mal 2 und so weiter und so weiter. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, ich muss immer rechts nur mal 2 nehmen und kann mir dadurch jedes beliebige weitere Folgenglied erarbeiten. Gut, das führt direkt zu einer ganz bestimmten Art der Definition von Folgen, nämlich der rekursiven Definition. Ich schreibe hier drüber mal rekursiv. Wir schauen uns nämlich auch gleich noch eine andere an. Rekursiv. Das Prinzip bei Rekursionen ist, oder bei rekursiven Definitionen, dass man ein Folgenglied aus dem vorhergehenden bestimmt. Also, in unserem Beispielfall wäre das jetzt in etwa folgendermaßen der Fall. Ich kenne ein an, beispielsweise a4. Jetzt möchte ich a5 haben, also ich möchte haben an plus 1. Wie berechne ich jetzt an plus 1 aus an? Na ja, ich weiß, ich muss das vorhergehende Folgenglied nehmen und mal 2 nehmen. Das ist eine rekursive Vorschrift in der Art, dass man sagt, okay, man bestimmt das Folgenglied a n plus 1, das nächste, aus dem vorhergehenden, indem man das vorhergehende in diesem Fall jetzt mal 2 nimmt. So. Ganz fertig ist man damit noch nicht, denn man muss auch sagen, womit man anfängt. Also beispielsweise hier mit a1 das erste Folgenglied, also der Ursprung, das ist einfach die 3, die gibt man an. Und jetzt weiß man, womit man beginnt, womit muss man starten und dann nimmt man immer mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, um auf das entsprechende Folgenglied zu kommen, das einen interessiert. So. Wie wendet man eine solche rekursive Vorschrift nun an? Na ja, also rechnen wir es mal am Beispiel durch. Nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen a4 bestimmen. Wenn wir a4 bestimmen wollen, dann sagt jetzt hier diese rekursive Definition, a4 ist gleich a3 mal 2. So. Das heißt, um a4 zu bestimmen, brauchen wir erstmal a3. Wie kriegt man a3? a3, schauen wir wieder in die Definition, ist a2 mal 2. Also können wir das doch hier einfach einsetzen. a2 mal 2, das ist das a3 und dann nochmal mal 2, die 2 von eben. Jetzt brauchen wir a2. Was ist a2? Die Vorschrift sagt uns, a2 ist a1 mal 2. Also können wir hinschreiben, a1 mal 2. Und dann müssen wir die alten zwei ja noch mitnehmen. a2 ist a1 mal 2 und dann nochmal 2 mal 2. Was ist a1? Wenn wir jetzt hier in die rekursive Vorschrift schauen, dürfen wir nicht mehr diesen Teil anwenden, sondern diesen Teil hier, a1. Das ist ja gleich 3. Damit haben wir das erste Folgendlied festgelegt. Hier unten jedes weitere. Also bei a1 nehmen wir den ersten Teil der Definition und das ist die 3. Da schreiben wir einfach hin, 3 mal 2 mal 2 mal 2. Ja, und das ist 24. Gut, jetzt kann man durch Rekursionen jedes beliebige Folgendlied berechnen, indem man eben das Vorhergehende nimmt, davon das Vorhergehende, davon das Vorhergehende und so weiter, bis man letztlich beim ersten ankommt und dann die komplette Rechnung ausführen kann. Ein Vorteil der rekursiven Definition ist, dass man sie relativ gut aus einer solchen Anfangstabelle erarbeiten kann. Na, man sieht die Struktur, wie komme ich von einem zum nächsten, das ist sehr intuitiv, da kommt man leicht ran. Die kann man relativ gut erarbeiten. Ein Nachteil ist dann allerdings die Mühe beim Berechnen. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne mal a1 Million, sagt man, okay, klar, a1 Million, kein Problem, ich brauche nur a999.999 mal 2. Und für a999.999 brauche ich, na, a999.998, genau, und so weiter und so weiter, da ist man eine Zeit lang beschäftigt. Deswegen gibt es noch eine andere Art und Weise, wie man Folgen definieren kann, nämlich nicht rekursiv, sondern explizit, durch eine explizite Vorschrift. Bei einer expliziten Vorschrift versucht man folgendes, nämlich eine Formel anzugeben, mit der man direkt a n berechnen kann aus n. So, die Frage ist, finden wir die Formel hier? Finden wir eine Formel, mit der wir direkt a n berechnen können? a n ist gleich, hier mal einen Strich dazwischen, dass das zwei verschiedene Definitionen sind. So, schauen wir mal, wenn wir a4 bestimmen wollen, ja, was muss man dann machen? Hier aus der Rechnung können wir sehen, dass es einfach 3 mal, und dann 3 mal mit 2 multipliziert. Wenn wir a4 berechnen wollen, müssen wir 3 mal mit 2 multiplizieren. Bei a5 müssen wir die 3 4 mal mit 2 multiplizieren. Bei a10 müssen wir die 3 vermutlich 9 mal mit 2 multiplizieren. Also, wir haben die 3 als Anfangszahl und die müssen wir letztlich n minus 1 mal mit 2 multiplizieren. Was bedeutet n minus 1 mal mit 2 multiplizieren? Also, mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. n minus 1 mal ist dasselbe wie mal 2 hoch n minus 1. Das können wir jetzt mal überprüfen, ob das so stimmt mit a4. a4 ist nach dieser Formel ja 3 mal 2 hoch 4 minus 1. Das wäre also 3 mal 2 hoch 3. 2 hoch 3 weiß der geübte Informatiker und auch jeder andere. 2 hoch 3 ist 8 3 mal 8. 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8. 3 mal 8 kommt 24 heraus. So, mit dieser expliziten Beschreibung ist es natürlich relativ einfach, jetzt a1 Million auszurechnen. Wir müssen nur in den Taschenrechner eingeben 3 mal 2 hoch 999.999 und hoffen, dass der Taschenrechner genug Stellen hat. Okay, hier kann ich also sehr einfach jedes Folgenglied ausrechnen. Schwierig ist jetzt allerdings diese Formel zu finden. In unserem Fall jetzt hier war es noch relativ einfach. Aber wir werden Folgen sehen, in denen es einfach ist, die rekursive Form aufzustellen, aber verdammt schwierig, die explizite.